so hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem kanal heute wieder überraschenderweise mit dem gameplay dabei aber heute ist alles ein bisschen anders ich tue zwar immer noch nach kommentieren aber ich habe jetzt die ganze sache mal nicht geschnitten denn ich möchte die zeit war jetzt ein bisschen nutzen die in dem spiel jetzt hier sind wieviel 19 minuten glaube ich um mal so über ein paar sachen zu reden die hier ganz nebenbei noch in dem spiel vorgehen denn ich habe immer thema ausgesucht nämlich wie können einzelne aktionen das ganze spiel beeinflussen man kennt ja vielleicht sagt man mal ganz am ende spiel ist fünf gegen fünf ist ja öfter mal und plötzlich entscheidet euer tank voraus zu stürmen und die adcs sind weiter hinter der tank geht rein und nimmt gegnerischen assassin auf sich die schützen auf sich und stirbt dann okay aber wenn soweit vorgegangen ist konnten die adcs nicht schnell genug hinterher um schaden an den anderen adcs zu machen an die anderen tank zu machen an die anderen assassin zu machen was auch immer euer tank ist tot auch verzeihung ich bin immer noch fucking erkältet so ist euer tank tot ihr habt kein beschützer mehr oder auch mal euer tank ist tot und geht euch den leuten immer noch zu fünf drin jetzt ist vier gegen fünf jetzt kommt der gegnerische tank einfach nur noch an beschäftigt euch und die gegnerischen adcs nehmen euch einfach auseinander so und solche situationen sollte man immer so gut es geht vermeiden durch situationen gibt es immer wieder und durch gute spielen sollte man lernen solche situation zu vermeiden ich meine vielleicht hat ist der täglich mal absichtlich so weit vorausgerannt ich meine damals war ideal oder franco diese standardmäßig extrem schnell unterwegs und die merken das vielleicht gar nicht wenn sie auch mal jemanden leila hier zum beispiel kann die gleich langsam unterwegs ist gerade wie ich es machen wurde die stufe verkauft hat und dann deswegen nur noch langsam ist das war episch dann übersehen die das nicht dass ich jetzt hier doch nicht das sollte eigentlich ohne also mit nur ein uhr sein habe ich mich ein bisschen gefreut so ist auch gerade 12 rückstand 1 zu 3 im rückstand solche aktion da muss man seinen spielstil immer wieder korrigieren anpassen analysieren warum haben wir verloren man sollte natürlich auch immer der sind wegen dem man jetzt nicht verliert oder wegen dem man gewinnt und genau das wird dann auch passieren später in dem gameplay das ist auch der grund weswegen ich mir quasi überlegt habe dass ich dieses thema erstmal ansprechen werde so dort ist auch noch weiß mit dem zeit klopfen die kriege holt solche kann beaktionen immer extrem wichtig so dort kommt der harley kann ich noch mitnehmen den kann ich nicht okay schade drum ja auch solche aktion hier hätte ich zum beispiel nicht vorher meine und gedrückt dann hätten wir jetzt quasi noch den harley mitnehmen können denn vorher wie haben wir die zeit clubs oder so für die hätten wir die ultra gar nicht gebraucht so was zum beispiel hätte uns das schwere zu 4 zu 4 bringen können ja auch ich mache tatsächlich fehler fehler ich bin auch nur großmeister natürlich mache ich fehler so also wie macht man es denn jetzt besser dass solche fehler nicht passieren also auf jeden fall sollte man immer gucken woran also weswegen hat man jetzt verloren ist man jetzt selber irgendwie schuld hätte man selber irgendwas anders machen können kann der sein man sollte auf jeden fall die fehler nicht immer bei anderen suchen sonst habe ich ganz ernsthaft was dann mitnehmen also es kann doch sein wenn man jetzt selber mal support spielen muss und man hat die rolle nicht richtig gemacht ja dann nächstes mal besser es bringt einen nicht wenn man jetzt mal um jeden preis agc spielt es bringt es einfach nicht ich weiß von meinem teil dass ich mit leila ziemlich gut unterwegs bin aber wenn ich das team dann aus der agc steht und das ist das war gut so hier habe ich mich lenken lassen hätte ich kommen sehen müssen habe ich aber nicht weil er sich gefreut so dort zum beispiel ist auch wieder so ein gutes beispiel ich hätte den todfeld rauskarten sollen ja da musste ich erst mal den flame geben zum beispiel der salon hätte der jetzt seine ult fertig gehabt mit dem er mit der erstell unterwegs ist hätte er den cyclops vielleicht noch einholen können oder wer das verfolgt hat und damit vielleicht noch die kill rausholen können weiß man ja nicht das sind alles so einzelne aktionen aber gut man weiß natürlich noch vorher nicht wofür der junden vorher schon die ult benutzt hat so weil hier das backup zum beispiel erlebt er geht zuerst alleine 1 gegen 2 ich versuche mich nun besser zu positionieren und dann wird einfach noch in 1 gegen 3 geschubst anstatt in 1 2 gegen 2 weil er aufzwang jetzt noch um mich angreifen musste ja da kann ich auch gleich den nächsten tipp geben immer die umgebung im auge behalten man sollte immer gucken welche aktionen sind gerade die richtigen es bringt einfach nichts immer nach muster abc bis z vorzugehen und dann stirbt man trotzdem wieder das spiel deswegen ganz besonders late game ist immer so dass wenn es ein 4 gegen 5 ist man verliert einfach meistens es gibt selten Situationen wo man das noch schafft ja gut die einzige ausnahme zu verkacken ist mal lag aber das bringt in dem moment überhaupt nicht deine teammitglieder finden die scheiße das spiel ist eventuell verloren bei solchen lag spikes kannst nichts machen das ist ja nicht so toll ne aber gut verfirb mir auch mal das gameplay noch ein bisschen und ich tue an der der stelle da ich dann wieder diesem thema äußern so dort wieder schön die ult gedrückt auch wieder mitgenommen meine stats sind auch gerade 322 ist vielleicht ist hier auch nicht so gut also man sollte für jeden kill also auf zwei kill sollte man höchstens ein tod haben dann bist du eigentlich der täglich echt jetzt gut ja was geht die kann noch so ab ja oben haben versucht zu pushen die minions haben wir auch ein bisschen mitgenommen damit dann unsere minions vielleicht noch schneller durchkommen so jetzt sehe ich auch gerade anstatt mitte zu helfen gehen wir tatsächlich in den jungle na gut war vielleicht nicht mehr zu retten wer wärs das ist auch wieder so eine sache man muss auch wissen weil man zu farben hat du kannst du nicht einfach wenn gerade ein teamfight geht 4 gegen 4 sagt man mal plötzlich anfangen in den jungle zu gehen und statt 5 gegen 4 draus zu machen bleibt sind 4 gegen 4 oder wird sogar 5 gegen 4 für die gegner dann lebst du zwar als letztes aber muss dann alleine gegen 5 gehen oder 4 je nachdem das sind alles so sachen auf die muss man achten ich meine klar farm ist absolut wichtig aber man soll es nicht übertreiben Ausnahme ist wenn das team absoluter scheiße baut und dort erstmal schön von der turret getroffen werden sagt man mal wenn das team ständig nur für die kills geht ja dann musst du halt auch irgendwann mal sagen also husten solltest du nicht aber du solltest dann auch irgendwann mal sagen okay jetzt reicht es jetzt muss ich mal pushen ich muss mal farm ich bin so weit zurück das können wir nicht mehr machen ja jetzt stehe ich grad 4 2 3 was doch ganz solide ist aber tatsächlich den aussprechend wieder äh turrets haben wir gerade noch mehr was gut ist so den tipp den ich der ADCs auf jeden fall geben kann unter euch ihr solltet immer 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 richtig lange farm so lange wie geht weil vor allem das farming macht sich dann so gut sobald man da war du gehst ein 1 gegen 1 gegen den ADC das ist auch richtig traurig was passiert oh ich bin tot toll jungen das war es ja du gehst 1 gegen 1 gegen ADC das war flame ich konnte damit gar nicht glauben was passiert also nochmal du gehst 1 gegen 1 gegen sagen wir mal beide sind wieder leilas und die eine hat jetzt sagen wir mal was ganz kleines mehr irgendein kleines item irgendwas ja 50 angriff mehr das großschwert oder so keine ahnung dann kannst du vielleicht drauf hinauslaufen dass du im 1 gegen 1 halt ähm einen schuss weniger brauchst und geht euch leider zu töten sag mal ihr habt genau dieselben items du hast nur halt das großschwert du hast ein bisschen mehr angriff und mit diesem einen schuss kommst du dann halt weg ich meine ist jetzt natürlich nicht immer der fall dass ihr denselben aufbau habt weil es genug ADCs die auf physischen lebensstahl gehen verständlicherweise was aber jetzt nicht so mein fall ist so dort guten alu karten mitgenommen und das sterbe ich peinlich ja das hat nichts zu ändern das wird noch richtig lustig wie ich die dann wie es damit im reporten ist ob man jetzt flamen muss ja keine ahnung so dass ich kurz die stats auf jeden fall karina gut dabei das wird natürlich auch direkt especially karina oh mein Gott ja gut dass ich jetzt hier ähm ein bisschen flame ist halt nicht so schlimm die kinder jucken das ja eh nicht wie die jetzt gerade spielen so jetzt steht es auf 13 16 gerade noch 12 16 jetzt mal systemnachricht freut mich so noch ein tipp den ich immer geben kann das entscheidet vielleicht nicht das spiel aber ihr solltet niemals zu gierig werden wirklich niemals meine gegner zu verfolgen ist ja ganz nice aber weiter hier das gegnerische gebiet kommt umso wahrscheinlicher ist es auch das ja halt aufgelauert werdet speziell bei turm kann sein dass jeder plötzlich von hinten kommen die nehmen eine lange route und kesseln euch ganz einfach ein so dass 1 gegen 1 gegen hd verliere ich das hat dieses beispiel wenn man viel mehr gefarmt ist also was schreib ich jetzt schönes gut job irgendwie gebe ich die schuld okay wir die karina flame gut so keep it up ja nehm es nicht so ernst ist halt das ist auch schon wieder 14 19 556 und meine stets gerade so stirbt die karina ist halt nämlich glaube ich auch gleich oder kommst nochmal weg ne kommst nochmal weg weil sideclops da ist so aber kurz vor ende des spiels kommt halt die szene worauf ich hinaus will wie genau eine aktion von einem spieler hat alles entscheiden kann ich möchte mich damit eigentlich ist gar nicht mal so sehr anpreisen aber es hat mich halt auf das video hier gebracht und deswegen ziehen wir es auch noch bis zum ende durch das black ist auch immer das tod ist nervig ne ich spiele auch an dem pc und ich habe mir immer die absolut so liebste leitung aber immer wenn es mal wichtig wird dann ja nee das nicht machen so dort sind alle unsere mails tot bis auf alle kart und da tausend auf wird trotzdem zu 22 soll absolut riesiger rückstand da dachte im moment auch okay fuck it das spiel ist jetzt zu ende das ist auch wieder schönes beispiel dass man niemals aufgeben sollte einfach für die comebacks so dort der zeit kloppt seine und los und tot und das war richtig lächerlich und wie wird kilt anu karte ist gar nicht genau gesehen es ist auch jetzt minute 13 ich habe erst mein viertes items erst mal richtig schön geflamed so muss das da geht es direkt auf beiden seiten los da tun quasi die beiden besten spieler der teams erst mal schön anfangen los zu flamen so also mit dem flame ist natürlich immer ein bisschen peinlich hinterher aber naja egal ist halt so wenn die eigenen leute nicht auf die kette bekommen richtig zu spielen da passiert sowas schon mal ich meine ist nicht ganz so toxik wie bei lol aber immer noch toxik halt musst du halt leute suchen mit denen du richtig spielen kannst so das gameplay jedes mal noch starke fünf minuten was erzähle ich jetzt noch kann noch ein bisschen erzählen wie wir gerade rückstand sind mit 17 25 genau kann ich noch kurz erzählen was du machst wenn du rückstand bist da gibt es immer eine ganz einfache option du musst die gegnerischen mit einem team es geht nicht anders du musst immer nach und nach die einzelnen gegner alle aus dem spiel werfen und dann die power schaffst du schaffst es mit einem mail jetzt ein gegner rauszuwerfen sind noch vier gegnerische drin jetzt kannst du ja sagen okay jetzt versuchen power zu pushen denn irgendwo müssen die gegner in der unterzahl sein irgendwo müssen wir ja durchkommen jetzt in dem moment klappt vielleicht nicht immer speziell wenn die gegner schon so gut gefarmt sind aber auf die art machst du halt die comebacks und wenn es nicht klappt mit vier gegnern schmeißt du halt noch einen raus und sein muss allerdings haben wir dann wieder die punkte dass man niemals zu creaky werden sollte weil wenn du gierig bist und sag mal du wirst jetzt nach noch einen tower gehen ja dann kommen die an und nämlich auseinander also immer nur ein tower nehmen so dort bin ich auch schon wieder glorreich gestorben 5 7 8 auf jeden fall beste stats die man haben kann schon ein bisschen peinlich und erst mal flame diesmal nur karina so hat was sie ist aber wenn man sieht geht wird auf jeden fall bestes englisch nichts besseres gesehen er geht nur schade auch der kann es auch nicht glauben das lustige geste zwar auch ein deutscher und ich habe dem also okay also okay der herr ließ dass er ziel durch das ist hier naja herr ließ hat auch ein deutscher gewesen ich habe tatsächlich nach dem spiel eingeladen da hat er mir so viel sympathisiert dass er auch so viel rum flamend dachte ich mir okay das cool jetzt sein das war richtig schön den los husten das ganze kommentieren verkacken und so aber egal so dort haben wir sogar tatsächlich was das einzige leila das war das erste mal ein gameplay das karina irgendwas macht hätte ich sogar schon fast was geschrieben wenn die situation nicht so kacke wäre so da oben pusht doch gerade der zielong wie ich das sehe oh ja ok helfen aber ich glaube ich bin noch voll das jungle monster mit wenn ich mich nicht aber oder na das dachte ich mir ja farben geil wie immer so das gameplay nähert sich zum ende da sind wir auch schon bei der situation auf die ich hinausrufe sobald wir dann im endscreen sind werde ich dann auch einfach das video beenden also ich verabschiede mich dann kurz bevor es so weit ist also wenn es dann abrupt endet bitte nicht traurig sein so jetzt ist es gleich rechts die beiden und links die beiden weil ich zu mir ich in der mitte rechts die beiden gehen rein ich versuche ein bisschen schaden zu drücken kommt allerdings nicht ganz ran und jetzt stehe ich mich in das gebüsch in das gebüsch jetzt kommt von rechts alle mates und weil ich im gebüsch stehe können mich die gegner mit ihren fähigkeiten nicht alle sofort anvisieren ich stelle mich hin ich schieße einfach nur und weil ich aus diesem gebüsch heraus geschossen habe hatte ich den vorteil dass ich die sofort anvisieren konnte konnte den schaden durchdrücken und das geht damit auslöschen und allein mit dieser aktion das ist alle liga von rechts gab ich das links und gebüsch die könnten nichts machen die konnten nicht die schnell genug anvisieren und irgendwas geben zu übernehmen konnte ich halt sogar noch im rückstand genug schaden drücken um das spiel dann für uns zu gewinnen deswegen immer auf solche möglichkeiten achten immer immer so damit haben wir das kann weg geschafft das spiel gewonnen ich krieg meine siegelsserie und damit in das gameplay auch war ja jetzt kann weg und da würde ich sagen bis zum nächsten video morgen sollte ja das nächste update kommen und da würde ich sagen oh mvp bis dahin